Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute müsstet ihr alle wissen, dass Weihnachten ist und heute habe ich mir auch ein ganz spezielles Video ausgesucht. Heute werden wir nämlich erstens, sind wir auf so einer kleinen Snow Map, Alter. Und ich habe ein kleines Add-on mitgebracht, auch, also Link ist auch in der Beschreibung, Leute, könnt ihr gerne abschicken. Ich werde es nur kurz rausholen, Alter. Wir gehen in ein Function. Äh, so. Und dann geben wir ein Christmas Add-on. Oder Decoration. So, jetzt haben wir hier Function Christmas Decorations eingegeben. Und wenn wir das jetzt einmal entern, dann bekommen wir einiges in unserer Hand. Und das ist einfach mega nice. Das sind voll coolen Weihnachtssachen. Ich kann hier kurz das Place und so ein kleiner Weihnachtsbaum. White. Das sieht einfach mega nice aus. Wir haben noch so ein Rentier. Das ist einfach perfekt für eure schönen Weihnachtsmaps. Ist das einfach so nice. Das fühle ich einfach. Ja, wie jetzt noch ein paar Gifts sind hier noch. Also ein paar Geschenke. Ein paar Green. Ja, und das ist auch voll cool. Warte ich mal kurz hier an einem Baum. Kann ich so... Also hier steht immer vor, dass wir an der Wand... Ja, dann ist das hier so schön dran. Und, äh, es gibt hier so schöne Candy-Sachen. Also es sieht auf jeden Fall, ist es mega nice. Oh mein Gott, gibt es noch mehr Sachen. Hm. Also, auch gerade die Bäume so, die feiere ich echt. Hoffentlich habt ihr ein schönes Fest. Allen euer Lieben. Und seid auch gesund und alles. Ist ja momentan, ne, sehr, sehr wichtig, dass man schön auch gesund ist in der Zeit. Und der ist ja mega groß, aber die feiere ich auch irgendwie voll. Also da kann man echt seine Map schön mit beschmücken. Link ist in der Beschreibung. Wie gesagt, ähm, diesmal müsst ihr ja auch einfach nicht liken oder so. Ich, ich freue mich einfach, dass ihr meine Videos schaut. Und hoffentlich haben wir noch eine schöne weitere Zeit. Und hier können wir noch etwas anderes hier zeigen. Ja, also ich wünsche euch einfach nur ein schönes Fest. Ähm, schreibt mir was nächstes in die Kommentare. Und, ja, habt noch einen schönen Tag. Das war hier dieses kleine Addon, was ich euch vorstellen wollte. Passend zu Weihnachten und habt ein schönes Fest. Lasst euch schön beschenken und tschaut tschaut mal den Freunden.